Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Fortnite Video. Ich habe mit meinem Bruder René zusammen den zweiten Teil vom Winter Royale gezockt und hier seht ihr die Highlights da viel Spaß mit dem Video. Klar, das ganze Haus, Alter, Kappa. Gegner, Gegner, Leuchten, Leuchten. Was? Ich spamm mich alle beide zu zweit. Nein, Spot Shot, hab den ein. Gar nicht so. Auch denn ihr hätt's mir doch lassen können, Digger. Ach, scheiße. Schlimmer, wirst du callen können. Nein. Ja, René, du musst ganz kurz vielleicht warten. Chill kurz. Er darf ihn einfach nicht bleiben. Ich glaube, ich habe ihm noch im Runterfall einen 62 Highshot gegeben. Hab einen. Hab einen, Dennis. Hab her. Töt' dich, töt' dich. Ich konnte nicht schießen lassen. Hab den Kill, hab den Kill nicht. Der eine ist... sie broke, sie broke der eine. Sie broke der eine. Nein, jetzt holst du die. Jetzt holst du die. Ja, nein. Bo, 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 bo. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Bo, bo. Bo, 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 bo. Bo, bo, bo! Nein, nein, nein. Du kannst doch einfach chillen, als ob loll. Geh drauf. Dennis macht doch mal. Nein. Du kannst doch nicht alleine singen. Ich komm von der anderen Seite. Töt ihn, töt ihn. Komm her, komm her, komm her. Bau mich ein, bau mich ein. Fuck, Dennis zoned. WTF? Ja, wie ist es los? Denn dieses Spiel ist doch unrealistisch. Was? Nimm mal eine Karte und reboote. Was? Achso, wir müssen uns gegenheeren. Wir können uns gegenheeren. Ja, mach. Oder warte, wir gehen runter an den Strand, da gibt's Boote. Das ist 30. Achtung, der rechts, rechts, rechts. Nice, Schiff broke. Okay, der ist low, der ist low. Hab ihn. Ich bin nicht für durch, okay. Achtung, Achtung. Ich bin nicht für durch, ich bin nicht für durch, aber... Ich bin nicht für durch, ich bin nicht für durch. Wo ist der? Ah, der ist da oben noch. Warte, Schiff broke, Schiff broke. Nice. Ich sehe jetzt. Achtung, schön. Da ist noch ein Speedbrake, komm ein. Dann muss noch. Komm mit Worn. Hab ihn, hab ihn. Nice, schön. Der hat 33, war weit, 33, war weit. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, ganz wichtig. Hei, 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 los. Oh, haben sie uns gerettet! Ich bin frei, ich bin frei. Was? Wie kommst du dahin? Über den Bäumen, über den Bäumen. Falk, jemand ist contested. Wo? Ah, der, ah, shit broke, shit broke. Der ist slow, ich hab mir auch noch gegeben. Achtung! Achtung, hier neben uns. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab den einen. Hab einen noch, hab einen noch. Okay, wo, wo, wo? Einfach in der Zone, glaub ich. Nice, hat mein Kill bekommen. Aber einen. Ich geh ein bisschen low. Hat noch einen nice hit. Noch lower. Die einen, 85er wide. Hab den. Nice. Okay, ich hab den high. Ich hab den high. Slow, slow, one shot. Ich hab den high. Ich hab den high. Nice. Jetzt hältst du die Schnauze. GG, das war eine richtig nice Runde. Das ist auch body safe ein, body safe ein. Body safe ein. Body safe ein. Ja. Ich schick das nicht. Ich schick das nicht. Ich schick das nicht. Ich schick das nicht. Du musst wieder keinen Abschauff. schnell. MP MP MP. Bro, Bro. Get up. Nice. einfach überleben ja also was nicht so viele mädchen dran durch 300 auf dem bus wäre noch mal welche denn jetzt was machst du denn du kannst dich am gegner vorbeilaufen ich bin aus der seele im editiermodus drin gewesen ich hab' den los, nice ich hol' meine karte, kannst du mir sogar von den reboot mach die elden zu jetzt ist das klar, elden zu genau dann gib mir das was ja kommt feist drauf drei Punkte, wir haben noch eine, dacht schön Digga jetzt haben wir gleich 57 weil gleich musst du raus als ob Digga Achtung! Jetzt nix! Nein! Alter, hab ich den gut gegeben! Junge! Ja! Digga, das war 10.000 E-Punades! Was willst du? Geh, bau, bau! Ich kann da nicht bauen, falls dir gefallen ist! Leg mal links bei Stein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!